Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifeln kann. Ja, wir fahren ja zur Farm. Aber Barry war Barry. Da ist eine Thermoskarte, ich nehme einfach mal mit, oder? Ich kann mal hier stehen lassen, einfach. Ja. Ja, rennen ins Auto, weiter geht's. Ach, hier ist auch noch die Batterie. Können wir die auch noch? Ähm, an... Nee, so nicht, nicht aussteigen. Verdammt, nicht aussteigen. Wir müssen jetzt hier runter, aber da oben ist ein Turm, da will ich mal kurz hinfahren. Hier ist auch noch ein Haus. Und ich habe hier irgendwo gerade ein verstecktes Zeichen gesehen. Warte mal. Da. Na, hier kommt natürlich gleich wieder irgendwas, wa? Ich hätte nicht anhalten sollen. Ganz ehrlich. Manchmal sollte man einfach weiterlaufen. Warte doch mal, nicht zuhauen hier. Man ladt die Waffe nach, alter. 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 Scheiß Spiel. Ich glaube, ich beeile mich hier mal ein bisschen, bevor wir die ganze Munition verballern, ey. Blendgranate. Hört sich gut an. Wäre aber fast lieber gewesen, wir würden noch ein bisschen Munition bekommen. Warte mal, erst mal nachladen. Oh Gott. Wie viel Munition haben wir denn bekommen? Hat sich das denn wenigstens gelohnt hier? Batterien haben wir noch und hier oben war ja nichts weiter, ne? Ne, außer, dass wir hier voll in der Sackgasse waren, war hier nichts weiter. Hier kommt man auch ganz blöde runter. Oh, hier noch irgendwas. Kann man die Kisten zerschießen? Ne. Gut. Oh, hier ist sonst nichts weiter. Die Kiste haben wir. Ist auch gerade Ruhe. Dann fahren wir nochmal hoch zum Turm und dann erst zur Farben. Ups. Ach du Scheiße, was hat er denn? Waren wir hier schon? Da oben ist noch jemand drin. Wir gehen einfach mal kurz durch. Ich weiß nicht, ob wir schon mal hier waren. Aber es sah gerade so aus, als ob da oben jemand drin ist. Und dann fahren wir weiter zur... Äh, Farben, ne? Upsi. Ein Gewehr. Jagdgewehr gegen Schrot für Linte. Hm, sehe ich nicht, oder? Aber wir hätten hier mehr Munition. Hm. Warte mal, das Jagdgewehr... Wir haben zwölf Schuss dafür. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird. Vielleicht noch länger. Lässt mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hm, hm, hier spricht Padman. Kann mir jemand helfen? Gut. Denn ab zur Farm, wa? Hier hat es im Grunde nichts gebracht. Jagdgewehr weiß nicht. Das ist wahrscheinlich so... ...blöd zum Nachladen. Komm, wir laufen jetzt einfach mal. Wir müssen ja doch unsere Munition sparen. Ich steig ein, Alter. Mein Auto fährt natürlich richtig kacke. Ich denke mal, wir haben sie abgehängt. Sehr schön. Was ist das? Was ist das? die überfahren wir hier erstmal alle wird war nicht wieder munition ausgeben müssen müssen die natürlich auch ein bisschen mehr anleuchten habe ich das hierfür der steht dahinter den kriegen wir so nicht ach Gott ey ist doch scheiße mit dem Viecher ich finde es ja ganz witzig so ja aber irgendwann wird es doch zu viel irgendwann ist es zu viel mit dem größerwegs tot auch unser Auto ist bald kaputt das hat sie jetzt aber zerlegt noch irgendwo jemand vor allem was ist hier explodiert will ich das überhaupt wissen das wird die Farben da sein fahren wir mal hin ich hoffe das Auto hält noch ein bisschen wir kommen natürlich nicht mit dem Auto durch ach komm ey nein wir kommen nicht mit dem Auto durch das wäre auch wahrscheinlich wieder zu einfach gewesen dann kommt schon wieder Eno den holen wir uns aber nochmal war er auch schon wieder Eno ne wo ist er denn da Aua was war das so wo kommen die denn schon wieder her spawnen die nach oder wat oh der ist weg wo ist der andere haben wir den auch weg ist der auch weg oder ist der nicht weg ne da hinten steht er so jetzt ist er weg kam bestimmt voll überraschend für ihn na gut dann werden wir zur Farm laufen weil das Tor kriegen wir ja nicht aufgefahren wir fahren überall gegen hier machen alles platt und schaffen wir es nicht da durchzufahren da hinten kommt schon der nächste also was ist denn das ist viel zu viel Aaaaah Es kommt schon wieder Eno Wie soll der nicht funktionieren, ey? So viel Munition kriegen wir doch nie Ich werde einfach mal durchrennen Achso, wir waren im Licht Okay Weiter Es kommen ja noch mehr Viecher davon Geht jetzt nicht weiter, weil? Warum? Schlechter Scherz jetzt hier, oder? Hier kommen wir rüber Wir müssen da nach hinten Oh Gott, ey Überlebt doch kein Mensch Da haben wir noch eine Thermoskanne Mit den Düngern kann man das machen, schade Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren Aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah Achso, hier ist die Bühne Ach, und Wird doch kein Endgegender, oder? Yes, Barry, du bist der Beste Du bist der Aller Aller Beste Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson Halt die Klappe und schieß Du Scheißer Wir müssen sie abwehren Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition ist? Nee, ist mir nicht aufgefallen Alter Ist doch ein bisschen viel hier Ey, der hat nicht nachgelang Mann, no, ich hasse das Spiel Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson Halt die Klappe und schieß Ja, und schieß Wir müssen sie abwehren Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition in sowas rum biegt? Wie war ich? Ey, haltet euch Ich mache die Scheinwerfer an Alter, das überlebt man doch hier nicht Und der sitzt da hinten am DJ-Pult Oh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson Halt die Klappe und schieß Wie kann ich denn die Scheiß-Leuchtpackel nehmen? Ich will nicht dich nehmen Das überlebe ich doch nie Kann ich doch hier auf Jagd gehen Konzentrieren hier Ich bin da sofort tot, ey Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast Ich bin so froh, ich bin so froh Ja, ja, du kannst mich auch mal Aber ganz dolle Ja, dann fackel ab, das Ding